Hallo ihr Lieben und da sind wir wieder zurück zu Resident Evil 6. Da drüben ist Helia am Machen und Tun. Hallo. Ich hab ganz klar mit solchen riesen Dingern. Das ist mir zu groß, ich glaub du musst rüberkommen. Und ich werde jetzt mit meinem, ja, mit meiner Reife glänzen und zu ihr stoßen. Ahaha, du und deiner Reife. Du bist sehr überreif, oder? Hm, was? Gib da mit. Ich, kannst du, konntest du nicht, da hinten ist doch ne, äh? Bin ich grad an der Leiter vorbei erwähnt? Ich glaub schon, ja. Nee, die Leiter war hier hinten. Ich glaub hier hinten muss ich runter. Hä? Ich frag mich, wie du hier hochkommen sollst. Wart's ab, ich bin Chrissy. Oh Gott, deswegen bleib bitte unten. Alles schön mit I. Kleistern, voll kleistern. Na, hab ich jetzt nicht gleich ein großes Problem? Ich weiß es nicht. Du hast doch eh immer große Probleme bei dir da drüben. Na ja. Viel Reife, Schatz. Viel Reife. Oh Gott. Ich renn mal. Reparieren kann ich hier nichts, nö. Vielleicht hast du runtergekickt, ne? Kann ich nicht sehen. Wo kannst du denn jetzt... Gucke. Ich weiß gar nicht mehr, was man hier machen soll. Ähm... Kummeln? Und dann startet die Rakete gegen die Tür da. Und einer muss festhalten. Ich kann jetzt nur kurbeln. Ich kann jetzt nur kurbeln, aber mir war so, als ob man die immer auch, ähm, noch fummeln muss. Ähm, ja Leute, planlos, wie ihr und je. Ähm... Na, kurbel doch einfach mal. Ich hab da schon... Ich kurbel doch schon die ganze Zeit, Schatzi. Musst du auch rumhören? Wie komm ich denn da hin? Geh mal hier lang. Ähm... Aber es wird mir angezeigt, dass ich irgendwie... Musst du auch nach oben? Wird ich hier rüberspringen? Komm ich auch nicht näher. Wie gesagt, ich kurbel hier. Du kurbelst. Ich kurbel ja. Aber hier komm ich auch nicht näher. So, jetzt hab ich sie hier. Ähm, und was passiert? Nichts. Ich hab Standbild. Die muss ja losdüßen. Da muss jetzt einer fummeln. Hahaha. Fummeln. Hä? Kalypso, komm, fummeln. Komm. Ja, 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 ja. Ist nicht Dende der Fummler? Dende, Masse, ja. Guter Masse. Ja, also Fummler. Ich kann hier nix machen, Lud. Da ist die Leiter ja runtergekickt hier. Hab ich irgendwas verpa... Verpaant? Ja, verpaant, Leute. Wo? Muss irgendein Hebel hebeln, aber... Wo finde ich diesen Hebelhebel? Da hinten in diesen Häuschen. Ich hab nämlich bei mir absolut... ...gar nix. Ich komm auch nirgendswohin. Ähm. Hm. Hier ist auch alle. Warte mal gucken. Gut, ich komm hier. Nö, 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 nö. Komm, mein Gott, ich krieg die Treppen hier nicht hin. Totale Katastrophe. Nö. Hä? Was läuft denn bei uns gerade hier? Nichts, ne? Hm, mhm, mhm. Wartlosigkeit läuft. Voll gut. Finde ich, äh, richtig klasse. Ich geh mal wieder hier nach oben. Oh, wie wird der hier weitergehen? Ach, schade. Ich wollt rutschen. Oh, was hab ich doch übersehen. Ich hab meine Reife. Oh Gott. Oh yeah. Oh nein. Oh doch. Was hab ich übersehen? Hab ich irgendwas übersehen? Nö, nö. Ich schieb alles auf Kalypse. Oh. Oh oh. Oh oh. Da kommen aber jetzt viele. Oh. Oh oh oh. Schieß. Schieß doch mal. Au, es hat mich getroffen. Was ist das? Schieß, verdammt. Schieß. Ja, schieß. Wie sehen Sie mich an, Mann? Au. Was? Ach du meine Güte. Ja. Sag mir doch. Idiot. Dass du kommst. Ja, ich komme. Hilfe. Oh nein, hier ist ja noch mehr. Ja, deswegen. Kann ich dich mal rauslassen? Die sind alle hinter mir. Ah. Bin schon. Au. Alter. Karate Kick. Oh oh. Ich muss den ein. Guck mal, ich muss den ein. Nehmen mir ist, äh, neben mir verpuppt sich was. Hinter dir. Oh, geht. Ja, ja, das, das liegt da, da. Ah, tot ist, äh, tot ist. Rutsch da mal nach hinten. Rutsch nach hinten. Das Ding muss erst noch. Genau. Tot. Er fängt ja die Folge schon wieder richtig gut an. Holt die krasse Action. Palypso verpennt. Nice, danke. Ist da jemand irgendwas? Ja, kannst du Oma machen. Oma, ich das. Gibt es kurbeln oder fummeln? Ähm, was waren hier gerade? Hier war gerade ein fettes A. Na, das A hab ich jetzt. Dann fummeln mal. Käpt'n! Oh! Na, oh, ich schmeiß mich auf dich! Du hattest mal gerade die, ähm, Dinger sehen, säulen in den Kreis, Alter. Gleich beim ersten Mal durchzuziehen. So macht man eine Tür auf. Genau, so macht man eine Tür auf. Komm, wir arbeiten weiter in der Festnahme von Wong. Kümmern wir uns jetzt um die Treppe. Allein wäre ich längst tot. Was? Hihi, das stimmt. Das stimmt. Irgendwas schießt er hier. Von unten. Wartet. Wartet, 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 wartet. Jungs, Jungs, Jungs. Un momento. Nein. Oh. Nein, nein. Also, ich hau ab. Haust du rein. Nimm mich mit! Ich gehe in die Action. Na, komm. Ich steh auf, na. Du bist doch die Erste, die stirbt. Niemals! Weg da! Ey, was hast du denn für den Arm? Was hast du für den Arm? Was hast du denn da? Arm getroffen. Klasse. Wiederfrisse. Ist irgendwas hinter uns? Nipp? Kopf verloren. Hier, fangt mal. Er hat den Kopf verloren. Hihihihi. Den gehabt. Tja, Jungs. Danke. Bitte. Ich sammle mal hin und fix auf. Weg da! Hier, Jungs. Ey. Hahaha. Weißt du, was jetzt kommt? Nr. Oberkrasse Rolle? Hallo? Oh Gott, schau ab. Ist er mir erst mal ein. Oh. 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 Erzähl noch um was? Oh. Was war das? Hm? Was denn? Es hat so geschlappert hier. Es schlappert hier. Wir müssen hier nach Rom. Abdenkung am Arbeitsplatz. Ich geh mal da nach Rom. Ich freue mich dir mal. Geh hinein. Kannst unten bleiben. Nein. Ich brauch Ewigkeiten, bis ich die Treppen mal hochkomme. Ja, sogar im Speed-Modus hier. Ähm. Wow. Ähm. Yeah. Kann man nicht... B? Aber da kommt man doch hin. Zu zweit. Wohin. Hm? Warte mal. Warte mal. Ich warte doch. Warte mal. Wo bist du denn? Ah, da unten. Hä? Ah. Hier ist nichts gut. Ey, die Ada ist sicher schon ausgewandert, so lange, wie wir hier brauchen. Hm. Hüpf, 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 hüpf. Guck mal, wer da hüpft. Ich geh mal da gucken. Alter, irgendwas stöhnt bei mir hinter mir. Geh weg. Geh weg. Äh. Uff. Küsten! Hilf mir, ich hab hier drei Stimmen. Da oben redet auch noch einer. Irgendwo. Alter. In die Fresse. Na, wo bist du denn? Wo bist du? Oh, der kann ja auch was anderes. Klappen. Manni! Irgendwas, irgendwas. Macht sowas. Ach so, das ist eine Treppe. Oh, hier, guck mal hier. Eine Leiter. Eine Leiter, Leute. Was? Ich mach Pause. Alter. Los, hält mir hoch, Mann. Nein, ich hab's verstanden. Nein, 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 nein. Au. Das hat weh. Uh, 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 uh. Was ist das da? So, keine Muni mehr. Na toll. Wenn jetzt nochmal so ein Vieh kommt. Och. Bin ich tot. Ich glaube auch. Was kann man denn hier machen? Ja, fisch ihn auf. Ja, Mann. Warte mal kurz. Oh, ja, im Himmel. Geheiligt wäre dein Name. Was hast du denn? Schatz? Ja. Hebst du die Seife auf? Nein, Mann. Nein, 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 nein. Schatz besonders, hebst du die Seife auf? Ich geb Rücken. Ich geb Deckung. Voll hinten, komm, nix. Hier, einmal verspöre. Hier, fangt. Das Gefühl, das bringt's. Weg, weg, weg. Ja. So ganz, nicht. Oh, nice, da ist er. Oh, nice, da ist er. Danke. Ach, leck mich doch. Der entpuppt sich. Als was ganz Schreckliches. Das Feuerschießen, irgendetwas. Draußen steht noch einer. Ja. Ich hab nur noch einen. Was ist das denn? Keine Ahnung. Was ist das denn? Ein Vögelein. Es ist wunderschön. Kenn ich nicht. Ich auch nicht. Irgendwas schießt dann noch auf uns. Ich geh mal nachfragen. Hallo. Nicht getroffen. Hinter mir. Bist du hinter mir? Irgendwas. 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 Ich hab nur Fuss. Dein Hintern bleibt dir nach Familie. Wow. Na toll, dann brauch ich mir ja keine Sorgen. Dann brauch ich mir ja keine Sorgen zu machen, ne? Ja, ja, und so. Passt auf meinen Hintern auf, aber wie. Toll, Käpt'n. Dann darfst du auch nicht ran, ne? Natürlich. Nein. Bleib in der Familie. Ich bin der Käpt'n. Du gehörst nicht zu der Familie. Natürlich. Du bist einfach nur der Käpt'n. Käpt'n. So. Wie geht's denn hier weiter, du Schöling? Hast du gerade irgendwas mit Rossmann gesagt? Nein. Gut. Hab's darauf. Keine Ahnung. Vielleicht ein Wunschgedanke. Willst du kaufen? Aha. Wo geht's denn jetzt lang hier? Das kann's doch nicht sein. Ich seh nix. Es ist so dunkel. Also ernsthaft? Oh. Doch, grad von da, hier komm. Hä? Alter, was läuft denn hier bei uns? Plan, planlos durch die Titanic oder wie? Ach, ich geh mal hier wieder zurück. Ach, wir so, aha, hier müssen wir später hin, glaub ich. Waren wir zu früh? Ja. Wir sind viel zu früh gekommen hier. Ja. Oh, wir sollten mal durch diese Tür gehen. Ja, ja. Hey. Käpt'n. Hey. Kommst du. Was ist? Ach so, das ist eine Stadt. Was dachtest du denn, Monster? Nö, ich dachte so ein wunderschönes Bildchen. So. Unten oder oben? Ich glaub, wir können beide irgendwie. Ich geh unten. Ich guck, was oben so zu. Ah, Beutnis. Lass dich nicht vom Licht. Ich versuch's. Verstanden. Hier oben sind... Was? Ich hab hier oben Kisten. Ja, hast du? Mhm. Kann ich die da abballern? Glaube nicht. Nein. Kann ich auch nicht. Gut, ich gucke. Wee. 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 Hihihi. Äh, oben Kisten holen? Du? Jetzt? Ähm, ja. Ich? Muss ich ja den ganzen Pissweg wieder zurück. Ja, Leute. Ich hab Pissweg gesagt. Ja. Pissweg gesagt. Hallo. Hä? Wo kommst du denn auf einmal her? Oh, ich fühl mich so im Scheinwerferlicht. Ich bin ein Schönling. Oh Gott. Hä, 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 hä. Kisten? Wo denn? Ach, da. Toll. Hui. Hallo, Käpt'n. Hallo. Ciao, Käpt'n. Ey, du rennst. Du bist voll im Licht? Ja, die haben mich auch gesehen. Ich bin so schön. Die wollen nur Schöne sehen. Na, weiß ich ja, wo du bist. Rampenlicht. Und einmal hoch, bitte. Ich will hoch hinaus. Oh, ey. Kann mal bitte das Licht weggehen? Ja. Oh. Ziehst du es magisch an? Nicht mehr. Oh, guck mal. Oh, cool. Hey. Käpt'n. Ja, doch. Komm her, du Seifenspender. Guck mal, dein Arm verschwindet in der Tür. Äh. Der hat da ganz komisch aus gerade. Oh, nee. Kommt hier nicht noch irgendwas Dämliches? Ach, nee. Ja, da kommt er. Oh, Gott. Ich hebe mal den Hebel. Ich steh auf Hebel. Der sieht auch wunderschön aus, oder? So riesig. HQ an Alpha. Die Kämpfe in der Stadt weiten sich aus. Sie müssen Ada Wong doch vor festnehmen. Verstanden. Sagen Sie den Jungs, sie sollen durchhalten. Halte durch. Ich geh. Ich spring. Gut. Weg. Mal vor. Warte mal. Renn doch nicht mal gleich vor. Hier waren wir doch. Echt? Ja. Okay. Ja, jetzt wird es hart. Alter, du hast was aktiviert. Endlich mal in mein Leben bin ich die Erste. Soll das ein Schiff sein? Ja. Nö, sie denke ich sehr. Ich glaube, wir sind nicht länger willkommen. Erschossen. Der ist tot. Naja, wenn der eine Wummer hat. Wer ballert denn da so? Ich? Nein. Feind, Mann. Nö, ich bin ja ein Lieber. Bist du? Ach, der Vorgeschoss. Habt ihr's? Ernsthaft? Von hinten, Mann. Kein, ich bin hier. Oh, der. Der entpuppt sich als was Schreckliches. Oh, ich hab keine Mundi mehr. Na, alles klar. Uh, uh. Hui. Da kommt noch einer. Hui. Jungs. Alle auf Quiz, ne? Lauf hier einfach lang und sammeln rein. Du passt aber auch nicht auf, oder? Der stand direkt hinter dir. Gar nicht wahr. Doch. Schau, in mein Video. Voll krass. Video-Action. Ich muss einsammeln. Ist irgendwie so chillig. Was ist passiert? Ja. War das Spiel nicht mehr aggressiver und, äh, aggressiver bis in es? Es war... Immer nach oben. War, es war das erste Mal, dass durchgespielt haben. Da war sehr aggressiv. Da, 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 da. Kannst du es doch nicht mehr viel vollnehmen. Oh, ich muss nachladen. Hui. Tada. Au. Mein Käpt'n. Was? Da hinten. Da hinten. Oh. Bodenschuss. Da ist was oben. Bodenschuss? Bleib da unten. Schätzchen. Du da oben. Komm mal runter. Oh. Oh, da kam noch eins. Ich muss einsammeln. Iiii. 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 Was ist denn jetzt hier nun? Ich seh nichts mehr. Ach, da rennt sie ja. Hallo. Hi. Na, guck mal, wer da kommt. Come on. Der alte Mann. Mach nicht so schnell! Hi. Sonst bekommst du noch einen Herzinfarkt. Gewehr-Munition. Ui. Ich liebe diese Waffe. Hätte auch gern so einen liegen. Hahaha, ja. Oh, hat das Schwein. Ich schieße einfach durch Dich hindurch. Oh oh. Äh, wo ist denn die Tür? Na komm raus. Ah. Bringt wohl gar nichts, ne? So, das war's mit der Munition. Hier, fang! Ich glaube, ich kann die Nose ruhig halten. Weg da. Weg da. Ich glaube, die bringt nicht viel. Was hast du denn für ne Munition? Naja, du sammelst ja verschiedenes Zeug davon ein. Ja. So ein Schockteil. Wo bist du denn? Wie ist sie? Alter, ich hatte nicht besonders viel. Munition. Was ist denn da? Ja, komm. Ich muss ein bisschen sparsamer mit meiner Munition umgehen. Na denn? Keine Munition, keine Munition. Munition für ein Stück. Ja, ja. Hier drüben! Und das höre ich jetzt! Halt! Und das höre ich jetzt! Das höre ich jetzt! Ja! Halt! Keine Chance, nicht jetzt! Und das höre ich jetzt! Alter, schmeißt es raus! Und das höre ich jetzt! Die Tür, ey! Das höre ich jetzt! Piers! Scheiße, ich habe keine Munition! Der wird schon. Total. Seifenhalter. Zuerst werden sie Angst haben. Aber keine Sorge. Sie werden nur zu dem Monster, das sie immer waren. Sie und jeder andere auf dem Planeten. Sie und ihre Familie haben die Welt zwar zu dem gemacht, was sie heute ist. Aber ab morgen wird sich alles vollkommen ändern. Du, ah. War auf Klo. Ich bin ja schon da. Ach, Mann. Ich wollte doch gar nicht. Ich muss schon wieder niesen. Willst du jetzt einfach da stehen geblieben? Oh, verdammt, Leute. Oh, nein. Viereck-Fahrstuhl eingeschlossen mit dem da? Ja. Nein, will ich nicht. Nein, nein. Hä? Ja, ja, ja. Ist ja gut. Bist du erstmal geswitcht? Wupp. Oh, blö. Das ging so schnell. Nein. Kann ich nicht bewegen? Kannst du nicht... Ada! Falsche Ada. Falsche Ada. Ada, warte mal. Mach auf. Du musst aufmachen. Alter. Oh, ganz. Sieh. Oh. Alter. Was ist mein Käpt'n, Leute? Kohl wie ein Stück Banane. Und ne Pfeife noch. Ach, da sind zu viele. Hey, da sind so... Weg da, weg da. Da... Idiot, da sind da so krabbelsticher. Oh, das war zu nah. Ich hoffe, das bist du nicht. Oh. Ne, 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 ne. Ich bin schon wieder besser. Oh, was ist denn das? Ach, was ist denn das? Was ist denn das? Alter. Was schießt du hier? Da ist ne ohne Blendkanate. Oh. Hör auf zu schießen. Noch irgendwas hier? Ah, hier liegt noch was. Gut. Was? Äh, das ist nix. Nö, hab ich schon eingesammelt. Gut. Äh, dann... Ganz toll. Echt. Was kann ich hier machen? Letter Tanz! Äh, da musst du mal hin. Ich bin natürlich schon zwar dahin. Mach auf hier. Geh die Tür auf. Sicher! Ganz vor. Da, wo cool. Mit dieser Gesichtsausdruck von Chris, wenn er in die Kamera schaut bei mir. Du. Yes, komm mal rein hier. Nein. Yes. Da fühlst du dich doch heimisch, Chris. Komm, wir gehen jetzt hier rein. Nein. Yes. Nein, ich guck dir. Ich hol mir lieber Kraut. Haben wir kein Duschen, Mann? Nein, will ich nicht. Ich weiß gar nicht, was du hast. Guck mal, da unten liegt Zweifel. Heb mal auf. Na, heb doch mal auf. Nein, nach dir. Du kannst mich ruhig mal heilen. Du hast auch keine erste Hilfe. Vorwärts! Los. Geh duschen. Vorwärts! Einen Moment! Oh, bist du schüchtern? Oh, Kussi, komm. Wir sind auch nur Kollegen. Ist es. Vorwärts! Einen Moment! Stopp! Einen Moment! Und Hate an. Hallo. Böö. Ey, ich bin nicht so grässlich wie du. Ich bin schön link, da braucht man nicht mörrrm machen. Ja. Kontrollepunkt. Es klappt hier schon. Ah, was haben wir? Uh, hierhin, hier, zu mir Ich guck komisch hier Du guckst doch immer komisch Hm Ah ja, der hat grad so komisch immer nach innen geguckt Dachte, das wär jetzt hier Nee, aber da kommt Kommt auch nicht Hallo Säure Die Säure ist da doof Oh, ah Was ist das für ein Glubschi? Ah, da Wie die immer Seite und immer nach hinten machen Oh, da liegt ja Munition Im Schrank Hier unten Gerade zu Zieh weiter? Ja Aber Leute Ich würd sagen, wir machen hier wieder einen Cut Ey, 29, ja 29, ja, aber bevor wir irgendwo reinrennen Reinrennen und reinrammeln und uns irgendwas entgegenkommt Würde ich sagen, wir machen hier einen Cut, ihr Lieben Wir danken uns für's Zusehen und bis zur nächsten Folge Bis dann Ja, geht doch Ciao Tschüss 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 Tschüss